Wenn wir über die Hochspannung drüber gehen, dann geht er in den Vulpin zur Fahrtrichtung. Ist schon machbar geworden, also... Warte mal ein Aufblick! Wann startet die? Sagen wir mal jetzt für die Abendfahrt. Also, zum 70. gibt's dann die nächste Runde. So! Rücken zur Fahrtrichtung. Wir kommen zur Fahrtrichtung. Festpande an den Begriffen. Was dann, wo du solltest, der macht da nicht. Zwei Hechte! Wie locker ist denn so gut? Ja, ich hab noch einen Kappen. Ne, ne. Der ist gepolstert. Es wird nicht so schnell. So! Wo ist es auch? Da fährst du! Die versucht gerade in den Feldweg reinzukommen. Und uns einzufangen. Hat aber gerade festgestellt, dass die hier gar nicht hinkommt. Festhalten gleich. Dann wird... Festhalten, hübsch. Bisschen härter auch. So! Und dann hübsch nochmal hoch jetzt. Und festhalten. Und jetzt das Fleisch. Gut festhalten. So! Jetzt werden wir gleich ausgeladen. Voll kratzt! Guck mal. Wenn wir noch runter gehen können, dann wird richtig schön hier drin liegen. So! Guckst du das? Hey! Cool! Genau! Das ist sehr schön! Hey! Die Männer raus! So! Drillen bleiben! Wie das soll ich sagen! Oh! Stau mal schön rein! Das Video ist mitgelaufen jetzt! Haha! Der schwankt jetzt bisschen hin und her! Aha! So! 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 Und dann gucken wir mal ob da oben noch ein Weg lang geht. So war da noch ein bisschen weiter hoch! So ist das Weg lang! Untertitelung des ZDF für funk, 2017